Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, ist er zwischen 20 Jahre alt, er kam im April 2009 nach einer Lange-Polisee auf dem Kranichhof in Brandenburg. Er wurde über viele Jahre seit 2002 nicht mehr ergriffen, erst 1. Mai 2010 wieder unter dem Sattel genommen worden. Und es wurde begonnen, auf der, auf die Europameisterschaft der Pato Peruanos auf dem Schlossgerstück Nino vorvor zu halten. Dort legte er in seinem stolzen Alter seine Arbeitsprüfung ab. Er bewältigte souverän den Streckenritt von Sargotscheire 25 Kilometern. Wurde unter seiner, heute war Tatjana Reich, Europameister in der Reichsteigerkursur und Vize-Europameister in der Kernprüfung, Arso Lando Natural. Der Start ist frei. der Start ist frei. Krone catalyst Die Statten DANIELS liegeben Das war's. 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 Das war's.